Wie viele andere der Covid-Patienten hatte auch diese Patientin natürlich eine schwere Lungenentzündung. Das ist ja das führende Krankheitsbild und das hat auch eine lange Beatmungstherapie erforderlich gemacht. Heute ist die Patientin ja wieder abgeholt worden. Tatsächlich ist vor kurzem gerade der Hubschrauber ja auf unserem Landedeck gelandet und bringt sie jetzt wieder in ihre Heimat zurück. Wir sind sehr froh darüber, dass wir dieses Ergebnis erreichen konnten mit der Intensivtherapie, die wir über die Wochen jetzt als Unterstützung leisten konnten und wünschen der Patientin alles Gute, dass sie zu Hause eben gut wieder ankommt und gut wieder genesen wird und sich vollständig wieder in ihren Alltag integrieren kann. Vielen Dank.